Musik Sammle alle Juwelen. Brawl! Okay, ja, halte dein Gerät so. Jupp, halte ich. Hi, ich bin Shelly. Sammeln... Ach, wieder eine Tutorial-Lady. Hallo. Sammeln wir all diese Juwelen. Bewege den blauen Joystick mit deinem linken Daumen, damit ich loslaufe. Alles klar. Bring! Ach Mensch, Mädchen, du läufst aber ein bisschen langsam, ne? Holen wir sie uns alle her mit den Juwelen. Ja, ja, das ist wieder typisch Frau. Gut gemacht. Und jetzt... Oh. Roboziele. Halte den roten Joystick mit deinem und Ziele. Ja, ja, alles klar. Äh, und jetzt? Ach so! Ja, ja, wenn man einmal sich die Infos nicht durchliest, ne? Wenn man sich die einmal nicht durchliest. Hey, das ist ja schon nicht so easy mit der Steuerung. Warum denkt man sich denn sowas aus? Aber gut, die bewegen sich ja jetzt nicht, ne? So, also, halte den roten Joystick mit deinem rechten Daumen gedrückt und bewege ihn, um zu zielen. Lass ihn los. Um zu schießen, zerstöre die Robos. Ist auch mal ziemlich ungewöhnlich mit dem Halten, Ziehen und Loslassen. Gut gemacht. Die erhorchenen Balken stellen eine Munition dar. Ich lade so schnell wie möglich nach. Noch mehr Ziele. Tippe auf den... Mach ich doch. Mach ich doch. Tippe auf den roten Joystick, um... Äh, was? Um auf den Gegner zu schießen, der dir am nächsten ist. Zerstöre die Robos. Ach so, das ist jetzt nur einmal tippen. Gut gemacht. Triffst du Gegner, lädst du damit deinen Superskill auf. Was ist denn mein Superskill? So, also... Oh! Du bist ein Naturtalent. Jetzt können wir loslegen. Let's do this! Let's do this! I'm the picture dirty! Yeah, yeah, yeah! Spiele ein Trainingsspiel, um den Rest des Spiels freizuschalten. Alles klar! Da, 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 da! Juwelenjagd. Das erste Team, das zehn Juwelen. Okay. Bro! Also, zehn sollen wir zuerst. Können wir nicht alle einfach irgendwie mal umbringen? Weiß ich nicht. Komm, wir bringen einfach alle um. Kann ich euch nicht alle töten? Wahrscheinlich weniger klug, ne? Äh, in der Mitte der Map. Wie sie sich freut! Dieses hysterische Lachen. Ja, aber hier in der Mitte ist nix mehr. Hier sind keine Juwelen. Oder hängen die hier irgendwo noch in den Steinen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, nix aufgeladen. Ach, erzähl doch nicht. Die Roten haben gerade mal einen gehabt, gerade. Ist doch nicht dein Ernst. Achtung, du trägst Juwelen. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Buh! Ja, geschafft! Wie Countdown. Müssen wir auch noch so lange aushalten? Ach komm, wir haben schon einen mehr. Ach, ist das lustig. I love it. Wie lange müssen wir jetzt? Was? Ja, 15 zu 0. Läuft. Wie haben wir hier denn jetzt mit am Start gehabt? Wichtiger Hinweis ist kostenlos spielbar. Das ist eigentlich schon der wichtigste Hinweis. Aber durch In-App-Käufe kann dein Fortschritt beschleunigt werden. Ja, okay. Store, Shelly. Hi, Shelly. Spielen wir doch einfach nochmal eine Runde. So, das erste Team mit 10 gewinnt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mich ganz furchtbar schlecht anstellen. Komm, wir ballern jetzt einfach fröhlich drauf los. Ei, 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 ei. Oh, da sind, da sind, da sind drei Leute. Bing, 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 bing. Dirt goes to the crystals. Yeah. Seid ihr alle raus? Hallo? Wie unlustig seid ihr denn? Okay, ich gewinne mal für uns. Hallo? Hallo? Ich alleine trage neun, Freunde. Der Sieg geht auf meinen Nacken. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Wuhuuu. Yes. Warum bist denn du der Starspieler? Und machst als Starspieler, hast du kaum was gemacht. Sowas habe ich ja gern, weißt du. Nur weil du komischen toten Teddy auf dem Nacken trägst? Ach, Freunde, das gibt's doch nicht. Alles klar, so Shelly, du bist hier Königin der Herzen. Was können wir noch tun? Schneebranche-Schlacht. Gucken wir doch mal, was das ist. Ach so, neues Ereignis, diese ersten neun Stunden. Alles klar, gut. Können wir hier irgendwas öffnen? Nee, können wir auch noch nicht öffnen. Im Shop, da sind wir im Shop. Ich bin schon wieder mega überfordert. Aber gut, das interessiert jetzt auch nicht. Also es gibt Ingame-Bezahlfunktionen, die aber nicht so wichtig sind, wie wir gesehen haben. Dann würde ich sagen, spielen wir doch noch ein Spiel. Ich bin gespannt. Es kann ja nicht schlimmer werden. Er sieht auch geil aus mit dem Ring durch die Nase. Yes, let's do this. Ja, ja, tu. Ach, Scheiße. Someone killed me. Der dachte sich, okay, die nied ich jetzt um die Alte. Also ist es nicht theoretisch klüger, wenn man sich in einem Team so organisiert, dass man immer einen hat, der hier in der Mitte hockt und welche, die den Rest da irgendwie wegschießen. Weil du bist ja dann näher dran. Also so von der Taktik her. Stehst du, was ich meine? Weil du sitzt ja dann förmlich gleich auf den Stein. Oder ist das nicht so gern gesehen? Ich weiß es nicht. Aber ist es eine Taktik, die funktioniert, ne? Sorry. Weil die kommt ja hier regelmäßig raus, ne? So, und jetzt ist schon der Countdown. Komm, ich sammle noch einen mehr ein. Und ich bin wieder nicht der Starspieler. Das, finde ich aber, ist so ein bisschen Mobbing, ne? Ich hole hier die, 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 die meisten, äh, äh, Kristalle. Und, na gut, okay. Ein Spiel, was nicht mobbt. Ist ja nicht das Erste. Dum, 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 dum. Oh, was ist das? Da haben wir das schon? Ne, warte mal, hier ist noch eine Box. Die öffnen wir mal noch eben schnell. Sieht aus wie so eine Brotdose. Was denn? Und Shelly-Punkte. Okay, das feier ich. Ja, Nita. 1-7-Brawlerin. Nita greift ihre Feinde mit einer donnernden Schockwelle an. Mit ihrem Superskill beschwört sie einen Bären, der sie im Kampf unterstützt. Ach, cool. Das finde ich ja nice. Wobei, warte mal, lass uns mal kurz, wo hatten wir das gerade? Hier, genau. Äh, gucken, was ist das? Was es dann alles gibt? Okay, geil. Kann man das schon lesen? Ne, schade. Man kann es nicht lesen, was sie so alles können. Aber das gibt es zumindestens. Hier in, äh, die Übersetzung, das ist ein paar Minuten. Und wir schenken, das wird eine erste Woche von der Köln-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin-Werlin. Untertitelung des ZDF, 2020